yo leute pyrocrush und einem weiteren video heute mal die flashbangs von nico sind ja die besten single shot salut bombenrohre deutschland zehn stück sind enthalten hier sind nur noch fünf drinnen da steht noch der sechste schauen wir mal die werte an also nico halt der geruch 2 nrm circa 40 gramm also es heißt vier gramm pro stück bruttomasse circa 395 gramm gebrauchsanweisungen blablabla schauen wir uns das ding mal an ziemlich groß das ding sieht mir auch aus diesen 20 mm kaliber bin ich mir jetzt nicht sicher nrm wie schon gesagt vier gramm bruttomasse circa 31 gramm ja die ganz normalen gebrauchsanweisungen nico halt ja und dann schauen wir mal wie das ding abgeht viel spaß bei der zündung und jetzt zur zündung von den flashbangs von nico die dinger sind einfach so was von brutal brutal übertrieben und jetzt zum letzten die dinger wie jedes jahr klare kaufempfehlung